Es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra natura misst, nicht der contra deum, sondern auch contra naturum, also naturwidrig. Dies contra natura misst, dies contra natura misst, dies contra natura misst. Der contraatium, sondern1300. Dies aber auch genau. Der contraatium, sondern1300. Der contraatium, sondern1300. Es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, nicht der contra deum, sondern auch contra naturum, also naturwidrig und im Grunde in krankhaftes Verhalten hineingeht. Wir müssen helfen, dass dies reduziert wird.